Los meine kleinen Among Us Menschen, arbeitet schneller, wir haben heute ja einiges vor, wir werden nämlich heute die größte Among Us Fabrik der ganzen Welt bauen mit mir, schönen guten Tag, ich bin's Mr. I und oh, hey Freunde, schön dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Sand-Tex-Army, das würde mich sehr, sehr glücklich machen und Freunde, ihr seht es, wir sind hier gerade in Roblox und bauen gerade unsere eigene Among Us Fabrik und oh, warte mal, was haben wir hier überhaupt bekommen? Irgend so eine legendäre Kiste, es hat gerade Kisten geregnet und Freunde, was bekommen wir? Wir bekommen 1000 Dollar und wow, was geht denn da? Oh mein Gott, ein Tonabend, wir werden angegriffen vom blauen Imposter, vom bösen Imposter, so kommen wir ja und easy, weggeschnetzelt Freund, oh ja, ihr seht es, wir sind hier gerade in Roblox am Start im Among Us Tycoon, wir bauen hier unsere eigene Among Us Fabrik und ja, Freunde, ich hätte mir am liebsten eine andere Farbe ausgeht, blau oder lila und jetzt stattdessen nicht aus wie ein Ei einfach, na super, Freunde, aber egal, das hält uns auf jeden Fall nicht davon ab, hier unsere eigene coole Among Us Fabrik zu wollen, warte mal, Freunde, können wir unsere Farbe ändern und, äh, ich glaube nicht, okay, aber wir bauen uns auf jeden Fall jetzt hier erstmal krasse Sachen, ah, wir können hier unsere Among Us Figuren ändern, zum Beispiel, wow, 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 ich bin hier keine Among Us Figürchen, äh, hallo, kann ich hier, äh, raus irgendwie, ja, hey, ich bin stecken geblieben, so, perfekt, okay, wir produzieren jetzt hier ganz, ganz viele kleine Among Us Figürchen, das sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus, ich würde sagen, äh, komm, wir können uns eigentlich hier den dreifachen Upgrader holen, für ein paar Robux und dann geht das Ganze auf jeden Fall, oh mein Gott, schneller, nein, 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 was geht denn da, wir müssen uns auf jeden Fall hier Wände kaufen, alle Leute brechen hier meine Base ein, meine Among Us Base, so, hau ab, hau ab, hier so, ganz, ganz schnell, Freunde, und wir haben ihn umgeschnetzelt, okay, sehr, sehr gut, wie viel Geld haben wir denn, wo sieht man denn das Geld, ah, da, 319.000, das bedeutet, wir grayen erstmal unsere ganze Fabrik hier ab, mit ganz, ganz vielen, oh ja, Wänden, dass so einfach hier keiner reinkommt, so, und dann können wir uns hier noch so eine Lasertür oder so kaufen, oh ja, so gefällt mir, oh, die Base Base hat mir das gesehen, wir werden hier die ganze Zeit angegriffen, aber das sollte doch kein Problem sein, okidoki, was gibt es hier, gibt es einmal Kisten für 20.000, oh mein Gott, was geht draußen ab, Freunde, so, für 20.000 Kisten, äh, was machen die jetzt, oder sind die Kisten einfach nur Kisten und Kisten, oder, äh, na, super, das sieht irgendwie nicht so spektakulär aus, oh mein Gott, okay, und, oh, was gibt es hier noch alles, wir können die zweite Etage für 100.000 Euro kaufen, nee, 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 ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal hier ein Metallpad, und hiermit können wir uns einen Rocket Launcher für 60.000 Euro kaufen, und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal, Freunde, und wir testen mal aus, wie der Rocket Launcher so drauf ist, oh mein Gott, ich bin einfach ein Ei mit einem Rocket Launcher, wer will sich mit dem Psycho-Ei anlegen, kommt her, ich werde euch alle wegsprengen, und boom, oh, das ist wirklich total krass, einfach so ein Psycho-Ei, ey, mit so einem Rocket Launcher am Start, ok, ok, das ist wirklich zuzulössig, aber ich würde sagen, Freunde, wenn das Ganze ein bisschen schneller geht, kaufen wir uns einfach direkt mal eine Millionen Cash mit ein paar Robux, Freunde, oh ja, Party, 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 Überall Konfetti, und damit werden wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal hier die ganzen krassen Dropper kaufen, so perfekt, damit wir natürlich noch schneller hier an unser Geld rankommen, und unsere Among Us Fabrik natürlich viel, viel schneller fertig gehen kann, ok, was haben wir hier noch, wir haben einmal hier diesen komischen Rocket Launcher, damit können wir auf jeden Fall gleich hier ein paar Leute angreifen, Und dann haben wir hier noch so, oh mein Gott, ey, wir sind echt das komplette Psycho-Ei, das ist wirklich zuzulustig, ey, dann haben wir hier noch überall Waffen, und für 120.000 Euro können wir uns hier weitere Kisten kaufen, das ist wirklich richtig teuer, ey, die Sachen sind übelst teuer, aber wir können uns, glaube ich, direkt schon die zweite Etage hier sofort gönnen, so, Mr.Ei, ab geht es, und das hier ist die zweite Etage von unserer Among Us Fabrik, aber ich würde sagen, Freunde, wir schießen mal, wir abschießen, Ich glaube, Blau, Blau hat mich doch gerade sich mit mir angelegt, Freunde, die Rakete fliegt, und sie explodiert in der Luft, und wie soll denn Luftballon, ich würde sagen, Freunde, los, das Psycho-Ei, ist auf dem Weg, und komm, wir springen ihn weg, und boom, oh mein Gott, vor unserer Nase ist es explodiert, komm her, komm her, na, willst du dich mit uns anlegen, dann schießen wir halt auch immer auf dich, so, Freunde, peng, 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 oh Gott, oh Gott, ganz, ganz schnell, wir laden sofort die Waffe nach, wir laden sofort die Waffe nach, und kommen schon voller Attacke auf ihn, oh Gott, oh Gott, was geht hier für eine krass Action ab, erster Impostor, erster Impostor, Und warte mal, ey, was bist du denn, du bist ein Faker von mir, das ist auch so ein komisches Ei, oder sowas, oh nein, oh nein, so, wir schießen hier weiter drauf, alle entkommen uns aber, und was ist das hier, okay, ich glaube, diese Kiste können wir nur mit, äh, Dings öffnen, mit ein paar Robux, okidoki, aber hier ist noch eine legendäre Kiste, ich, okay, ich würde sagen, Freunde, drückt mir die Daumen, was wir jetzt aus dieser legendären Kiste kriegen, und 6000 Cash, oh ja, sehr, sehr gut, und Freunde, ich würde sagen, komm her, du böse Impostor, einen Kille will ich aber auf jeden Fall machen, dann treff wir ihn überhaupt, ich weiß es nicht, so, komm her, und, umgeschneiden, Haha, easy peasy, ich bin nämlich der böse Impostor, Freude, haha, ok, so sieht auf jeden Fall jetzt hier unsere Among Us Fabrik hier bis jetzt aus, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber es gibt auf jeden Fall auch ganz, ganz viel, jede Menge zu tun, wie viel Cash haben wir denn mittlerweile schon unten, wir haben, oh, 260.000, das geht wirklich ultra schnell momentan, und, ah, wir können uns hier noch für 90.000 einen Upgrader holen, so, perfekt, jetzt haben wir hier noch einen Upgrader gekauft, und soweit haben wir unten dann eigentlich alles gekauft, außer ein paar Lichter, so, perfekt, es werde Licht, jetzt sind wir ein glänzendes Ei, oh mein Gott, ist das hell hier unten, und dann können wir auch sofort in die zweite Etage ab nach oben gehen, und schauen mal, was wir uns hier kaufen können, äh, anscheinend nicht viel, wir haben 350.000, was ist das denn, Dominos, Giver, ok, 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 ich bin aber wirklich total gespannt, Freunde, wie unsere Among Us Fabrik ganz, ganz am Ende aussehen wird, und schreibt auch mal jetzt hier in die Kommentare, welchen Among Us Charakter magst du eigentlich am meisten, den weißen, den lilanen, den blauen, oder wen spielst du, das würde dich mal super doll interessieren, und wenn du auf jeden Fall Among Us genauso feierst, wie ich, und mehr von Among Us sehen willst, dann lasst du dir genau jetzt gerne einen Daumen nach oben, dann ist alles, falls du dir like, Freunde, 3, 2, 1, und Mr. I like, genau jetzt das Video, haha, und dann gibt's auf jeden Fall mehr Among Us, so, wir können hier die Wende upgraden, für 90.000, eieieiei, was ist das hier, irgendwas gibt's im Sale, nee, 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 ich möchte nix mit Robux kaufen, aber das ist wirklich, total, äh, total, äh, anstrengend, wir haben 170.000 Euro, wir kriegen auf jeden Fall das Geld sehr, sehr schnell, aber, es ist auch wirklich sowas von teuer, hier unsere eigene Among Us Fabrik zu bauen, so, wir können hier die Wende höchstens upgraden, für 120.000 Euro, und, es regnet wieder Kisten, Kisten regelt, ganz, ganz schnell ab, geht es sofort hier nach draußen, und, wow, was ist das denn, hier gibt's so ein, äh, Bunker, oder irgendwie sowas, okay, das ist aber nicht für uns, na, ihr bösen Among Us, so, komm her, das ist meine Kiste, sofort weg da, oh mein Gott, Freunde, wir schnetzeln den jetzt um, und, komm her, und, ja, easy peasy, und was haben wir bekommen, 1000 Cash, so, das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit, und, warte mal, was ist denn bei dem los, na, willst du dich mit uns anlegen, das ist der lila, der Imposter, hier, so, und, komm schon, komm schon, komm schon, easy, weggeschnell, ey, warte mal, ein fliegendes Ei, was ist denn mit uns los, wieso sind die auf einmal hochgeflogen, was ging denn da ab, ey, okay, okay, wir konnten uns auf jeden Fall noch ein bisschen, warte mal, Geld holen, das kann nicht sein, in unsere, es wird eingebrochen, es wird eingebrochen, raus hier, ein böse Einbrecher, Freunde, wird unser ganzes Geld klauen, das kann ja wohl nicht sein, das grüne Imposter-Menschen, und, oh Gott, sehr, sehr gut, das war wirklich total knapp, Freunde, der wollte einfach hier in unsere Imposter-Fabrik einbrechen, das kann ja wohl nicht sein, ha, was ist denn mit dem Blauen da los, boing, boing, ja, der springt da die ganze Zeit, ey, was geht ja bei dem ab, der hat echt richtig, oh mein Gott, Bock zu kämpfen, und wir haben uns selber weggesprengt, pff, was, wir haben uns einfach selber, oh Gott, in die Luft gesprengt, das war echt nicht so schlau von uns, muss ich sagen, und, ey, was ist denn mit dem hier los, ey, der ist ja ultra schnell, warte mal, hackt der, oder wie, oder hat er sich irgendein Speed-Teil oder sowas gekauft, und, okay, okay, Mr. I will sich anlegen, Eier gegen Eier, das ist hier ein Eierkampf, Freund, und Kisten, 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 Freunde, so, wir öffnen sofort alle Kisten, die es hier gibt, so, aus dem Weg, und, ey, der blaue snackt sich einfach alle Kisten, die es hier gibt, so, komisch und freut, oh mein Gott, wir haben zwei Kisten geöffnet, unsere dritte Kiste, drei Among Us-Kisten haben wir, 2000 Cash haben wir daraus bekommen, komm schon, komm schon, komm schon, hier gibt's noch eine Kiste, wir haben, warte mal, was ist das hier, wir haben noch irgendwas bekommen, oh mein Gott, wie viele Kisten bekommen wir, Freunde, es ist ein kompletter Kisten-Regen, oh, schaut euch das mal, wir haben so Krallen bekommen, okidoki, damit werden wir mal probieren, oh mein Gott, ich seh nichts mehr, den hier umzuschnetzeln, komm schon, und wir holen erstmal das Geld ab, 6000 Euro, da haben wir auch noch mal 4000, und jetzt werden wir hier mit dieser krassen Kralle hier den bösen Imposter erledigen, und, äh, hallo, Mr. I, äh, alles gut bei Ihnen, der fliegt einfach, was geht denn da, und easy, weggeschnetzelt haben wir den, ok, aber ich würde sagen, wir gehen, äh, zu unserer Fabrik, wo ist denn hier unsere Fabrik, hier am Start, oh nein, wir werden von Orangen erledigt, hau ab, hau ab, hau ab, ok, 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 wir rennen hier sofort weg, da ist unsere, äh, Morgens-Fabrik, und, oh, wir haben so eine krasse Laser-Gun bekommen, und, peng, hohoho, sehr, sehr OP, auf jeden Fall, ok, aber wir schauen mal, wie viel Geld haben wir jetzt schon mittlerweile, wir haben mittlerweile schon, oh ja, über 600.000 Euro haben wir gleich, ok, ok, wir holen auch mir ein bisschen Geld ab, ok, 600.000 Euro haben wir, das bedeutet, wir können auf jeden Fall hier weitermachen, wir können die Van Upgrade für nur 60.000 Euro, und, ja, äh, das war's schon, die Sachen sind hier sowas von teuer, wir können uns auf jeden Fall hier einen Conveyor kaufen, was war das nochmal, 160.000 Euro, hiermit können wir uns genau noch mehr Dropper kaufen, dass wir natürlich noch schneller an Geld kommen, hier oben haben wir auf jeden Fall alle Dropper, hier sieht es, 1,6 Millionen Euro haben wir mittlerweile, und damit werden wir mal sofort das Nightmare-Schwert kaufen, oh, ich hab direkt hier noch was gekauft, und, oh mein Gott, wie krass sieht das denn aus, oh, wir leuchten einfach so, zack, 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 oh, ok, was, wir sind auch da ultra schnell damit, ich glaub, wir müssen das so machen, dann, zack, rennen wir übelst schnell und, äh, können fliegen oder, äh, ich weiß nicht, Freunde, was ist mit diesem Schwert auf sich, das sieht auf jeden Fall krass aus, werden uns gleich beim Kampf auf jeden Fall benutzen, dann haben wir uns hier noch was gekauft, was war das hier, Freunde, oh mein Gott, ich glaub, es ist so ein, wow, oh Gott, oh Gott, was war das denn, habt ihr das gesehen, wir haben uns einfach selber weggesprengt, ich glaub, das ist so ein, oh Gott, oh Gott, irgendwie, was ist hier los, also irgendwie war das nicht so geplant, oh Gott, oh Gott, Freunde, wir leben einfach noch, oh, wir sind gar nicht in unserer Base drin, oh, oh, Freunde, warte mal, können wir hier das Geld klauen hier, äh, geht leider nicht, oder? Doch, wie, wie haben wir wirklich Geld geklaut von dem Blauen hier, oh Gott, oh Gott, der arme Freund, schnell, 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 hier weg, wie weit, wo haben wir denn hochgesprengt hiermit, können wir damit keinen anderen abschießen, nur uns selber, oh ja, anscheinend können wir uns selber einfach so rubschleudern, haha, okay, 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 was können wir uns noch kaufen, wir können uns, Speed kaufen, für 600.000, ein Domino Skimmer, was ist das nochmal, genau, ich weiß nicht, wir holen uns auf jeden Fall hier noch so ein bisschen Geld ab, komm, schon, 6.000 brauche ich noch, genau, 600.000, und damit werden wir uns jetzt ultra krassen Speed kaufen, ihr Freunde, den krassesten Among Us Speed, und dann werden wir uns hier, okay, okay, jeden einzelnen easy peasy, oh ja, als böser Imposter, wegschnitzen, okay, okay, und ah, wir können uns jetzt noch schneller Sachen kaufen, für 600.000 Euro, okay, ich glaube, das ist aber sehr, sehr teuer, was steht hier drauf, 25 Speed, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen schneller, und der blaue, den wir gesehen haben, der war wahrscheinlich ultra, ultra schnell, okay, wir sind jetzt auf jeden Fall mit allen Waffen ausgerüstet, was kann man sich noch hier alles möglich kaufen, ja, Kisten für 200.000 Euro, ja, lohnt sich nicht, so was ist das hier, ein, okay, ein mystischer Vogel, für 670.000, und hier für 400.000, so ein Dominosgeber, okay, okay, die, äh, die würde ich gerne noch kaufen, aber ich würde sagen, Freunde, wir gehen mal hier ganz, ganz schnell raus, hier wurde irgendwas gejobbt, oder so, ich habe es genau gesehen, da, da, da ist eine Waffenkiste, so, so, das Ei holt sich mal diese Waffenkiste, und dort drüben sind auch noch Sachen, Freunde, ich würde sagen, oh, was haben wir, was haben wir, was haben wir, oh, okay, okay, was ist das hier, noch eine Laserwaffe haben wir bekommen, und eine Triple Laserwaffe, die schießt 3 Laser auf einmal, oh mein Gott, Freunde, die ist ja total OP, damit werden wir jetzt jeden einzelnen Among Us Character, hier ohne große Probleme erledigen, und ich würde sagen, Freunde, ach, ich will nach oben, aber ich will nicht die Treppen benutzen, deswegen würde ich sagen, BOOM, haha, wir sprengen uns einfach komplett weg, das, das ist wirklich total krass, die Waffe hier, muss ich sagen, okidoki, wir sind so, wir gehen jetzt wieder nach unten, ei, 400.000, mal schauen, haben wir 400.000 genug, äh, uns fehlt noch ein bisschen, jetzt sollten wir aber genug Geld haben, um uns, was ist das, dieser Dominos Giver, ich weiß gar nicht, ah, das ist so ein Helm, oder sowas, warte mal, können wir uns den Helm aufziehen, Freunde, wow, wie, äh, komisch sieht das denn aus aus, wie sieht das gar nicht so cool aus, Freunde, wie ich dachte, hey, ich ziehe den Helm einfach über meinen Eierkopf an, ok, ok, was haben wir denn noch, was wir uns kaufen, Kissen, langweilig, hier, das, das will ich kaufen, für 670.000 Euro, Freunde, sind das Flügel oder so, Freunde, P-Waffen schon mal ausgerüstet, wir können höchstens noch ein Dach kaufen, und damit haben wir hier unsere Among Us Fabrik, auf jeden Fall schon fertig gebaut, und ich würde sagen, oh, wir gehen jetzt in den Kampf, Freunde, als Among Us Character, und schau mal, was unsere neuen Waffen hier drauf haben, so die Triple Laser Gang, oh mein Gott, der hat auch eine krasse Waffe, Freunde, wir schießen drauf, und warum machen wir überhaupt Schaden, ich weiß nicht so, wir können auch mit dem Schwert hier drauf gehen, nein, 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 ganz, ganz schön, ein Tornado, hat ein Tornado beschwört, so, komm her, Kollege, das ist der blaue Impostor hier, und jawohl, wir haben mit diesem mystischen Schwert gesiegt, oh ja, okay, 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 sehr, sehr krass, wir können auch in die pinke Base, einfach einbrechen, indem wir jetzt einfach hier diese, Boom, Attacke machen, nein, wir fliegen weg, wir fliegen weg, das war ein Schuss in den Ofen, oh Gott, oh Gott, Freunde, was war das bitte für ein Fail, ganz, ganz am Ende, das war wohl nichts, ey, oh mein Gott, komm her, du grünes Menschen, dich letztlich nochmal am Ende, oh, perfekt, wer will sich mit dem, haha, Imposter, Centex anlegen, kommt alle her, easy peasy, wir haben jetzt alle wirklich hier, Mongas Charakter erledigt, Freunde, haben ultra die krassen OP Waffen, und das wichtigste ist, da, dahinten ist unsere Fabrik, unsere Mongas Fabrik, ist fertig, sehr, sehr gut, und wir haben jetzt sogar so ein Tornado einfach bekommen, hiermit können wir Tornados beschwören, oh ja, okay, und da würde ich aber erstmal sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, wenn ja, liken, abonnieren, und die Glocke aktivieren, und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr, und dann bist du auch ein Teil der Centex-Army, und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video, bis dahin, Tschüssi!